Matthias aus Uesheim. Matthias, hast du einen Vorschlag für uns? Was könnte es denn hier für ein Hit sein? Erzähl doch mal. Ja, der baut einen Hit zusammen. Ich denke, es ist Billie Jean von Michael Jackson. Na, gar nicht schlecht so. Vom Beat her könnte hinkommen, aber am Ende heißt der Titel anders. Okay, alles klar. Schade. Macht überhaupt nichts. Also, wir haben einen schönen Abend. Ja. Ja, Blackie Sparks von Düsseldorf. Hallo Michael. Hallo Blackie. Ihr sucht den Song. Ja, wir suchen den Song. Was machst du? Ich, ich, ich hab ihn gefunden. Nein, erzähl. Ich meine, der Aerosmith. Aerosmith? Das ist eine Band. Das ist richtig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020